Valtteri Bottas, der Mann, der es faktisch geschafft hätte. Ein Fahrer, der jahrelang an der Spitze der Formel 1 kämpfte, aber nie den Weltmeistertitel holen konnte. Von großen Hoffnungen und Siegen bis hin zu schmerzhaften Niederlagen und Teamwechsel. Wie konnte ein Fahrer, der an der Seite von Lewis Hamilton fuhr und wirklich um den Titel kämpfte, zum Mittelfeldrivalen oder beziehungsweise in die Bedeutungslosigkeit rutschen? Das werden wir in diesem Video mal herausfinden. Valtteri Bottas begann seine Motorsportkarriere in Finnland und erlangte sehr schnell Aufmerksamkeit durch seine Erfolge in den unteren Formel-Sing. 2011 gewann er den GP3-Titel, was ihm den Weg in die Formel 1 ebnete. 2013 bekam Bottas dann seine Chance beim Williams-Team. Ein Team, das damals um den Anschluss an die Spitze noch kämpfte. Trotz eines unterlegenen Autos zeigte Bottas sein Talent mit konstant und guten Leistungen und beeindruckte die Formel 1-Weltens. Der entscheidende Wendepunkt kam 2017, als Mercedes Valtteri Bottas als Nachfolger vom Weltmeister Nico Rosberg verpflichtete. Rosberg hatte nach seinem sensationellen Titelgewinn gegen Lewis Hamilton überraschend seine Karriere beendet. Und Bottas sollte die Lücke bei Mercedes füllen. Es war die Chance seines Lebens. Mercedes dominierte die Formel 1 und Bottas hatte nun das schnellste Auto im Feld. Und Bottas zeigte auch relativ schnell, dass er ein würdiger Mercedes-Fahrer war. In seinem ersten Jahr holte er mehrere Siege, darunter seinen ersten Grand Prix-Sieg beim großen Preis von Russland. 2019 war vielleicht sein bestes Jahr, als er mit Lewis Hamilton um den WM-Titel kämpfen sollte, aber dann halt nur Vize-Weltmeister wurde. Viele dachten, dass Bottas nun bereit sei, Hamilton wirklich mal herauszufordern. Doch Bottas größter Gegner war nicht das Auto oder die Konkurrenz, es war sein eigener Teamkollege. Lewis Hamilton dominierte die Formel 1 wie kein anderer. Und obwohl Bottas immer wieder beeindruckende Rennen ablieferte, konnte er Hamilton nie ernsthaft irgendwie in Bedrängnis bringen. Er schien als sei denn Bottas dazu verdammt die ewige Nummer 2 hinter Hamilton zu bleiben. Ja, Team-Order, Pech und eine unaktive Konkurrenz machten es ihm schwer, Hamiltons oder beziehungsweise aus Hamiltons Schatten zu treten. Und mit jedem Jahr stieg dann auch der Druck auf weitere Bottas. Die Medien und Fans wurden immer lauter in ihrer Kritik. Sie fragt sich, ob Bottas wirklich der Richtige sei, um an der Seite von Lewis Hamilton zu fahren. Trotz seiner Liege schien Bottas auch mental damit zu kämpfen, insbesondere nach enttäuschenden Rennen. 2020 und 2021 waren besonders schwierige Jahre für Valtteri Bottas. Der Abstand zu Hamilton wuchs und immer mehr Stimmt forderten einen Fahrerwechsel an der Seite von Lewis Hamilton bei Mercedes. Ein Jahr später, im Jahr 2022, kam dann die unvermeidliche Entscheidung. Mercedes entschied sich, Bottas nicht länger zu halten und stattdessen auf das junge Talent George Russell zu setzen. Bottas wechselte dann aber nicht zu einem anderen Top-Team, sondern eher zu einem etwas kleineren Mittelfeld-Team. Zu Alfa Romeo, das halt nicht um Siege oder um Podien kämpft. Für Bottas war es ein Neustart, weg vom Druck bei Mercedes, aber auch eine Rückkehr in die zweite Reihe der Formel 1-Tipps. Trotz guter Leistung war aber auch klar, die Chancen auf einen Weltmeistertitel waren nun vorbei. Valtteri Bottas hat in seiner Formel 1-Karriere viele Höhen und Tiefen erlebt. Er war nah dran, an der Spitze zu stehen. Doch der Traum von Weltmeistertitel blieb unerfüllt. Das Auto, das hatte er definitiv dafür. Doch Lewis Hamilton war wesentlich zu stark für ihn. Doch auch wenn er in der Statistik nie ganz oben stand, bleibt Bottas ein hoch respektierter Fahrer und eine Schlüsselfigur in der jüngsten Geschichte der Formel 1.